An seinem Hauptsitz in Dessau möchte das Umweltbundesamt neue Büroflächen schaffen und das ohne mehr Energie zu verbrauchen als bisher. Als anspruchsvoller Nutzer plant das Umweltbundesamt daher ein Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben. Neben dem preisgekrönten Hauptgebäude entsteht ein Plus-Energiehaus für etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenem Konferenzbereich. Den Wettbewerb für den Erweiterungsbau gewann das Architektenbüro Anderhalten Architekten aus Berlin. Hier freut man sich über die Herausforderung, mit einem ausgewiesenen Spezialisten für energetisches und nachhaltiges Bauen zusammenzuarbeiten. Ja, die Schwierigkeit für uns als Architekten ist die, dass wir da an sehr prominenter Stelle sind. Also das Hauptgebäude des Umweltbundesamtes ist eben halt recht groß und wir bauen eine Ergänzung, etwas daneben, was natürlich auch sich selbst erst einmal behaupten muss gegenüber so einem großen Gebäude. Und die Überlegung war eben halt, da ein Stück weit auch zu vermitteln. Das Gebiet selbst hat als ehemalige Industriebrache einen sehr heterogenen Charakter mit einem direkt anschließenden Wohngebiet. Das Büro Anderhalten Architekten näherte sich in seiner Planung über verschiedene Modellbaukörper an das Gelände an, um den richtigen Standort für den Neubau zu finden und nicht einfach einen Anbau zu entwerfen. Ihr Entwurf eines freistehenden, solitären Baukörpers fügt sich einerseits als selbstverständlicher Bestandteil der Liegenschaft in den städtebaulichen Kontext ein, behauptet sich aber auch selbstbewusst gegenüber dem Hauptgebäude durch seine eigene architektonische Ausdruckskraft. Ich denke, es ist ein Satellit, wie ein Satellit zu sehen und es würden sich eben halt auch noch mehrere Satelliten an dieses Mutterschiff und das Hauptgebäude andocken lassen. Die Eigenständigkeit des zukünftigen Erweiterungsbaus wird durch die amorphe Gebäudeform erzielt. Besonders auffällig ist die Fassadenstruktur. Die Architekten entwickelten eine besondere Falttechnik. Diese vergrößert die Oberfläche des Gebäudes. Die Fassade wirkt kristallin, fast dreidimensional und erfüllt eine besondere Funktion. Der Neubau setzt zu 100% auf modernste Photovoltaikelemente, die in die Fassade integriert werden. Das Gebäude soll mindestens ein Null-Energie-Gebäude sein und den Goldstandard nach dem Bewertungssystem des Bundes nachhaltiges Bauen erreichen. Angestrebt wird sogar ein Plus-Energiehaus. Dabei sollen alle regenerativen Energien durch das Gebäude erzeugt werden. Unser Anspruch war, dass wir diese Oberfläche in der Fassade abbilden. Und so sind wir im Grunde angefangen, die Fassade mit ganz einfachen Modellen zu bauen. Jetzt haben wir versucht, die Fassaden dreidimensional zu gestalten. Das heißt, die PV, also die Photovoltaikelemente, sind leicht geneigt und dadurch bekommt die Fassade eine gewisse Tiefe. Die Architekten versuchen insgesamt, ihre Ideen mit möglichst wenig Aufwand an technischen Geräten umzusetzen. So dient die Fassade auch der Verschattung und damit der Kühlung des Baus. Aber auch der Aufbau des Gebäudes unterstützt das energetische Konzept. Die zwei Atrien schaffen nicht nur eine besondere Lichtstimmung, sie bilden auch einen natürlichen Luftkanal bis zum Obergeschoss. Durch den Einbau von Luftschleusen im Erdgeschoss kann die warme Luft aufsteigen und durch Luftklappen nach oben im Kamineffekt entweichen. So entsteht durch den Luftsog eine natürliche Klimatisierung, die keiner weiteren Energiebedarf. Und es gibt noch andere Vorteile. Dadurch, dass wir die Typologie eines Atrium-Gebäudes gewählt haben, versuchen wir bestenfalls eine möglichst hohe Transparenz, einen hohen Komfort an Miteinander dort zu gestalten. Das Atrium-Gebäude hat den Vorteil, dass sie eben halt über die Geschosse hinweg die Kollegen sehen können, dass es eben halt die Kommunikation untereinander fördert. Ästhetik mit energetischem Konzept, auch bei der Beheizung des Gebäudes. 31 Erdwärmesonden stehen senkrecht 25 Meter tief in der Erde und nutzen die Geothermie des Standortes. Durch den hohen Grundwasserstand besteht eine sehr gute Regeneration. Im Sommer wird so kaltes Wasser für die Klimatisierung der Konferenzräume erzeugt. Im Winter sorgt warmes Wasser durch eine Betonkerntemperierung für die Beheizung des Gebäudes. Es wird durch Leitungen in den Decken gepumpt. So nutzen die Architekten schon vorhandene Bauelemente wie die Betondecken und brauchen kein additives Heizsystem. Also es ist im Grunde wie eine Fußbodenheizung, die eben halt dort integriert ist in den Deckenaufbau. Ein genaues Monitoring über mehrere Jahre soll später im Betrieb zeigen, dass dadurch auch der Energieverbrauch stark gesenkt werden kann. Auch bei den Baustoffen wird akribisch auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit geachtet. Dabei greifen auch die Architekten gerne auf die Expertise des Umweltbundesamtes zurück. So soll der Erweiterungsbau in Dessau auch für das Büro an der halten Architekten zum Vorzeigeobjekt werden.